Hallo Freunde der Sonne, da bin ich wieder mit Spasson. Jo, jetzt haben wir die Energie wieder raus, so wie immer. Hier beiß ich gerade auf Granit, hier geht es nicht weiter für mich. Hart, aber herzlich, da geht es nicht weiter. Jetzt werde ich erstmal hier die Energie wieder zusammenschustern, weil ich hier wieder was reinhauen soll. Tim, es tut mir leid, deine Info kam zu spät und du weißt ja, ich stehe eher auf Berserker. Ich nehme immer Berserker, wenn ich kann. Gut, das wird nicht genommen, das wird genommen, alles klar. Also wenn ich die nächsten 150 zusammen habe, nehme ich das. Ja, scheiße. Aber wir kommen ja hier noch voran und hier müssen wir ja auch noch vorankommen, weil hier gibt es doch unseren Drachen, den wir haben wollen. und hier wird es halt wirklich hakelig, aber naja, ich denke mal das wird sich legen, da kommen wir schon noch voran. Wenn wir hier wieder ein paar Punkte reingesetzt haben, dann geht das schon. Die Karten schlagen sich halt einfach zu schnell selbst tot. Ist halt einfach so. Kann ich auch nicht viel gegen machen. Ich habe die alle, also ich habe ein paar mal versucht, aber halt auch selber gespielt. Nicht den Computer spielen lassen. Mach ich ja immer dann, wenn ich weiß, ich komme nicht mehr weiter. Also wenn der Computer nicht mehr weiterkommt, dann ist halt die letzte Bastion, der muss an mir vorbei. Und der kommt halt locker an mir vorbei. Da habe ich nicht viel Auswahl. Ja, ich habe ja ein Video zu Brawlhalla gemacht. Die Leute, die es gesehen haben hier, die das Bastion gucken. Scheinbar will das keiner sehen. Finde ich super traurig, weil es macht super viel Spaß und es kostet keinen Cent. Aber okay, ist halt nicht so schlimm, denn halt nicht. War ja nur ein Vorschlag. Aber ich fand das Spiel eigentlich, oder ich finde das Spiel ziemlich geil. Das heißt, es wird trotzdem im Stream laufen, auch wenn da alle Leute weglaufen werden, weil sie das nicht sehen wollen oder so. Mir ist das egal, weil ich da spielen will. Und die Sache ist ja die, ich könnte es ja auch alleine spielen. Ich könnte es vielleicht für mich spielen und sagen, okay, dann halt ohne Stream. Aber wenn ich eh spiele, kann ich es auch streamen. So muss man immer an die Sache rangehen. Des Weiteren habe ich noch ein neues Game jetzt fürs Handy im Auge. Beziehungsweise spiele das sogar schon und bin ziemlich gut. Macht echt viel Spaß so. Für die Leute, die sich mit WWE auskennen. Ihr werdet euch freuen, wenn ihr da Bock drauf habt auf sowas. Das heißt nämlich WWE Super Cards. Das ist richtig, richtig gut. Keinen Cent zu bezahlen. Es ist komplett kostenlos wieder mal und macht einen Heiden Spaß. Vielleicht macht es auch mir nur Spaß, weil ich gute Karten gezogen habe. Keine Ahnung. Kann natürlich sein. Aber meine Statistik ist ganz gut in dem Spiel. Ich habe irgendwie, ich glaube 41 Siege und 10 Niederlagen. Ich denke, die Statistik ist so ganz okay. Ja und dann haben wir hier natürlich jetzt wieder einen Gilden Clash. Das heißt alle ran und haut den Luft. Denn wichtig, da ist nämlich auch wieder ein Drache drin. Aber wenn ich den nicht zusammen bekomme, so mit dem mit der Keule, die ich eben gezeigt habe. Wenn ich den so nicht zusammenkriege, werde ich ihn am Ende so oder so bekommen. Aber es wird halt noch, was weiß ich, wie viele Tage dauern, bis der kommt. Es gibt ja noch ein paar andere Events, wo der drin ist. Und da kriege ich ihn ja als Doppelfusion. Das heißt, ich hätte zwangsläufig einen tatsächlich zu viel. Aber gut, ist halt so. Ja und zu dem neuen Spiel, da werde ich auch noch mal ein Video zu machen. Da werde ich euch auch fragen, ob ihr das gerne sehen möchtet. Das ist nur ein bisschen aufwendiger für mich. Weil jetzt muss ich wieder über Handy laufen lassen. Beziehungsweise über einen Handy Emulator laufen lassen. Android Emulator laufen lassen. Und dann muss ich das alles noch irgendwie schön verpacken. Weil das Spiel ist halt Hochformat, nicht Querformat. Das heißt, es wäre dann halt nur dieses Bildchen hier zu sehen. Und außenrum muss ich halt noch irgendwas Schönes hinmachen. Keine Ahnung, irgendwas mache ich da schon noch. Allgemein werde ich das auch streamen. Weil ich das cool finde, das zu spielen. Weil man kann es halt durchgängig spielen. Es gibt keine Energie oder irgendwas dergleichen. Du kannst es immer spielen und es ist immer sinnvoll auch zu spielen. Das ist halt nicht so wie hier mit der Arena. Wo du dann halt irgendwann alle Kisten hast und dann keine Arena mehr machen musst. Das ist halt so nicht. Da kannst du halt spielen. Und es ist immer sinnvoll zu spielen. Weil du immer Karten bekommst neue. Na ihr werdet es sehen. Ist lustig. Vielleicht gefällt es euch. So. Ich habe kein Geld mehr. Hier muss man noch ran. Ich will auf jeden Fall noch einmal WS Arena spielen. Könnte ich noch schaffen. Einmal Arena ist auf jeden Fall noch drin. Auf jeden Fall bin ich auch mal überlegen, ob ich noch andere Sachen vielleicht noch mache. Ich suche jetzt natürlich immer mehr nach Spielen, die ich auch unterwegs spielen kann und aufnehmen könnte. unterwegs. Weil ja die Zeit irgendwann auch da ist, wo ich dann halt keine Zeit mehr habe. Und das ist natürlich praktisch, wenn ich da irgendwie anderthalb Stunden in der Bahn fahren muss. Dann setze ich mich halt einfach hin und nehme mal eine Stunde bei zehn Minuten auf oder so. Während ich in der Bahn fahre. Das ist halt ein bisschen nervig mit den Störgeräuschen im Hintergrund. Aber ja. Ist vielleicht ganz witzig so, wenn da andere Leute das so mitkriegen, dass ich da gerade mit euch rede. Die finden das wahrscheinlich auch super affig. Wenn ich mich denn da hinsetze. Hallo Freunde. Sondern da bin ich wieder. Ich kann mir das richtig gut vorstellen. Oh Gott, das traue ich mich eh nicht. Nein, scheiße. Ich traue mich sowas eh. Ich habe mit sowas ja gar keine Probleme. Die Leute, die sehe ich, die kenne ich aber nicht. Die werde ich nie wiedersehen. Vielleicht sehe ich sie irgendwie in der Bahn wieder. Klar. Aber so privat nie. Deswegen ist es für mich nicht tragisch. Farm for fame. Okay. Kriege ich also direkt nochmal richtig auf die Fresse, ja. So zum Anfang nochmal richtig schön in die Schnauze. Ermächtigen alle fünf. Das ist so heftig. Alter. Alles klar. Alles klar. Das war's. Da gibt es auch nicht lange zu überlegen. Das war's. Da kann ich jetzt gegensetzen. Da hätte er jetzt irgendwie die Karten legen müssen, die länger warten. Also länger brauchen, um rauszukommen. Aber so. Wie seht's. Keine Chance. Keine Chance. Da kann ich noch so sehr versuchen, irgendein Setup zu legen. Das war's. Da komme ich nicht durch. Schon schade irgendwie. Da kannst du nur einmal Arena spielen und dann hast du gleich hier sowas an der Backe. Böse. 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 Aber ich gebe nicht auf. Das wäre ja noch besser. Hier gibt keiner auf. Hier wird nicht aufgegeben. Hier wird gekämpft. Bis zum letzten Mann. Bis zum letzten Mann wird hier gekämpft. Boah. Okay. Oder Atlas. Boah. Toller Drache. Hat sich ja gut geheilt. Wir hatten jetzt geheilt. Ein Drache da drüben oder was? Schade. Es sah zwischenzeitlich gar nicht schlecht aus. Aber. Naja. Komm, bring's zu Ende. Mach hin. Mach hin. Dödel hier nicht so lange rum. Das hat halt immer so lange dauert, ey. Oh. Ein Leben. Mit drei Leben noch. Das ist halt immer Zeitverschwendung. Also könnt ihr sagen, wenn ihr sagt, okay, Cliff, wenn du siehst, du hast keine Chance mehr, dann gib einfach auf. Dann mach ich das halt. Weil das ist halt immer unsere Zeit, die da drauf geht. Und das finde ich mal blöd. Das letzte Video ging ja 20 Minuten. Viel zu lang. Viel zu lang. Loll. Guck dir das an. Der liegt genau dieselben Garten wie ich. Werd verrückt. Na, hat er auch einen Narix? Ne, hat er nicht. Ne, hat er nicht. Nur meins wird jetzt doller reinhauen. Als seins. Meins wird jetzt kräftiger reinhauen. Mann ey, wo kommt denn jetzt der Klose mal her? Versuch doch mal. Die ist besser. Die ist jetzt besser. Weil Blitz ist auf jeden Fall gut. Die ist besser. Weil Blitz ist auf jeden Fall gut. Sehr dumme Drache liegt immer noch, ne? Boah. Meins schlägt der Tod. Meins schlägt der Tod. Toll, ist mein Setup auch weg. Ach, ist das ätzend. Ja. 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 Braver Junge. Braver Junge. Gut erkannt. So. Dankeschön. So. Jetzt machen wir hier noch ein paar Dinge auf. Ich hätte ihn so gerne, ich hätte ihn so gerne. Aber 50 Euro. 50 Euro. Nee. Nee, nee, nee. Hier nochmal so einen Heldenfrosch wär geil. Den würde ich sogar als Zweier nochmal reinlegen. Der hat sich immer ganz gut gemacht. Oder irgendwas anderes Gutes. Mein Gott. Aber auch etwas, was ich gebrauchen kann. Bitte. Okay, dann halt nicht. Dann mach doch deine Scheiße alleine. Ja, genau. Gib mir Staub. Für meine imaginären Karten, die ich noch nicht aufbessern kann. Weil sie halt imaginär sind. Schön. Boah, ey. Jetzt haut er aber rein, ne? Oh ja. Gebe ich dir halt zehnmal Scheiße. Na toll. Na toll. Na toll. Na toll. Blöder Engel. Blöder gefallener Engel. Blöder, blöder. So. Apropos, jetzt wollte ich nochmal gucken, was gibt's denn hier jetzt noch? Was gibt's hier? New? Lass die ruhig. Ja. Die hab ich zugeschlagen. Ich finde ihn toll. Kann man mir sagen, was man will. Ich finde ihn toll. Und ihn auch. Aber er ist noch nicht so sinnvoll. Und er. Ah. Er ist halt auch irgendwie mega geil. Den hätte ich halt gerne fertig, ne? Wenn der fertig wäre, so auf der Stufe. Boah. Blitz drei, blitz sechs, durch bohren fünf. Krass Karte. Krasser Shit. Tja. Mir vergeht auch die Chance. Naja. Shit happens. Was gibt's hier? Oh. Wer bist du denn? Du siehst ja aus. Naja. Gefällst mir nicht. Den mag ich nicht. Den will ich nicht. Den will ich nicht. Den will ich haben. Boah. Den hätte ich so gerne. Einfach nur wegen dem Bild, ne? Aber er ist ja allgemein auch gut. Den hätte ich echt gerne. Der wäre halt Premium. Schade. 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 Ähm. Ich denke, das war's dann auch. Ähm. Ich glaube, ich hab nicht mehr, was ich machen kann. Und krieg ich auch keine mehr. Nö. Dann war's das für heute. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Um 16 Uhr bei Spazdawn. Oder halt im Stream. Heute. Bestimmt. Ja. Ich stream heute auch nochmal. Ähm. Gut. Also. Bis denn. Tschüss. 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 Tschüss.